und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembersteinbaus es ist mal wieder eine dieser wochen bei der man nicht die zeit findet wirklich zu bauen und deshalb kommt heute leider kein großes set aber damit ihr eure samstagsdosis valleybrick nicht komplett vermissen müsst habe ich gedacht schauen wir uns einfach ein kleines set an die geschichte zu diesem kleinen set ist dass mein vater dieses set für mir geschenkt bekommen wird denn er steht voll auf eisenbahn auch auf modell eisenbahn und da fand ich dieses kleine set putzig auch wenn es jetzt auf den ersten blick sehr unscheinbar wirkt ich habe für euch mitgebracht die lego creator 3 1 0 1 5 dieses set ist aus 2014 und damit schon über sieben jahre eol gegangen es handelt sich dabei um ein kleines creator 3 1 1 set man kann eine dampflok bauen dann noch eine andere lok und einen waggon das heißt wir haben hier drei sets im eisenbahn thema und man kann auch alle drei sets kaufen und aneinander anhängen hier haben wir schon die ersten anbahnungen von lego in diese art von kauf zwei dann hast du zwei wie bei der chinesischen mauer oder hier kauf drei dann hast du drei aber hier macht es eben wenigsten sinn denn wir haben dann zwei locks und einen waggon könnten auch noch zwei drei wagons dazu kaufen und am ende einen richtigen zug aufbauen ob sich das jetzt wirklich lohnt möchte ich erstmal bezweifeln aber wir sehen ja was uns dann bei diesem set erwartet es müssen ja auch nicht immer die großen sets sein mein kanal hat ja auch wirklich lang davon gelebt dass hier eben die kleinen sets gezeigt wurden und nicht nur die großen die sowieso jeder zeigt sondern auch die kleinen auf die eben noch nicht das scheinwerferlicht so wirklich gerichtet wurde und gerade bei diesem set ist es wieder so dass man es für einen echt guten preis bekommen kann ich habe es für vier euro inklusive versand bekommen man bekommt auch drei von diesen sets eben um genau diese idee hier umzusetzen teilweise im bundle schon für 10 bis 15 euro also das könnte schon ein angemessener preis für so ein kleines set sein wichtig ist natürlich wir reden hier wieder über die gebraucht preise das ist eine kauft gebraucht review denn dieses set neu kostet 20 bis 30 euro und ich glaube wir sind uns schon von diesem anblick einig dass dieses kleine set hier keine 30 euro wert ist ob eol oder nicht viel mehr interessantes gibt es an der box jetzt auch gar nicht zu zeigen dementsprechend würde ich sagen ich mache das ganze auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an die steinchen hat der privatverkäufer hier schön in einem beutelchen verschlossen also das macht wirklich einen ordentlichen eindruck über die steine qualität von den lego steinchen von 2014 reden wir natürlich wie immer während des baus und dann haben wir noch die kleine anleitung die ist klammer gebunden die papierqualität ist hochwertig ich meine kennt denke ich lego anleitungen die haben sich nur unwesentlich seitdem verändert das design ist natürlich anders hier noch wirklich an die 3 in 1 serie angepasst und wie ihr das auch von heutigen anleitungen kennt wird nichts ausgegraut sondern alles weiterhin in vollfarbe dargestellt und wo steinchen hinkommen wird teilweise mit pfeilen gezeigt oder wie hier wo es eindeutig ist einfach gar nicht nochmal extra dargestellt wichtig für mich auf jeden fall es sind alle drei sets abgedruckt beziehungsweise alle drei modelle das a modell hat insgesamt 11 bauschritte auf 11 seiten das b modell hat dann auch wieder 11 bauschritte und geht bis zur seite 23 und der kleine waggon wer hätte es gedacht hat auch 11 bauschritte und geht bis seite 29 hinten finden wir dann nur noch die teile liste hier könnt ihr euch das video wie immer gerne anhalten wenn euch das interessiert und wir sehen noch ein paar andere 3 in 1 sets aus eben dieser zeit ich freue mich auf jeden fall auf diesen bau auch wenn er jetzt nicht sehr spektakulär werden wird und bau jetzt die lok und dann schauen wir uns das ganze entspannt zusammen an und wir sehen uns nach einem erwartungsgemäß kinderleichten bau von etwa fünf minuten entspannter bauzeit wieder mit der fertigen dampflok und jetzt muss man sehen was erwartet man für das geld und was erwartet man von so einem kleinen mitbringsel set ich habe erwartet dass es im entfernten wie eine dampflok aussieht ich würde sagen das haben sie geschafft ich habe eine ordentliche steine qualität erwartet das hat lego auch geschafft und ich muss mal wieder sagen die steine hier von 2014 sind richtig richtig gut die sind in diesem gebrauchten zustand einfach besser als die heutigen steine also das ist wirklich bemerkenswert wie lego in letzter zeit an produktionsqualität leider eingebüßt hat das baugefühl ist immer noch top natürlich ist es noch nicht super alt aber eben schon fast zehn jahre und dafür ist es natürlich bemerkenswert dass das baugefühl noch genauso top ist die farbqualität ist gut wir haben kaum offensichtliche angusspunkte die trends teile sind wirklich perfekt trends durchsichtig da gibt es überhaupt nichts zu meckern das ist besser als heutige steine und das ist eigentlich sehr schade dass lego heute nicht mehr so eine qualität an den start bringt so dass sogar solche gebrauchten sets eine bessere steine qualität haben als heutige neuwertige sets die konstruktion ist natürlich super einfach und wir haben als einzige funktion bei dem set es kann rollen es rollt ordentlich und man kann damit durch die gegend flitzen und eben dampflok spielen und dafür reicht das set vollkommen aus es ist ein typisches mitbringsel ein set für zwischendurch und auch ein set um vielleicht mal ranzufühlen ob die kleinen baumeister überhaupt interesse an steinen haben oder nicht dann muss man ja nicht mit einem riesen set anfangen sondern kann mit so einem kleinen lego creator gebrauchten 3 in 1 set anfangen oder nimmt eben ein mittelgroßes set und kann damit feststellen ob die kinder überhaupt spaß haben an klemmbausteinen und dafür ist so ein set absolut perfekt ich hatte auch wirklich glück mit dem verkäufer hier das ganze ist vollständig wir haben auch noch die teile um die anderen zwei sets zu bauen es war ordentlich verpackt es wurde schnell verschickt also ich kann auch immer wieder nur sagen habt keine angst vorm lego gebraucht kauf natürlich hat man immer ein geringes risiko dabei aber gerade wenn man über die einschlägigen plattformen wie eben auch zum beispiel ebay kauft dann kann da gar nicht viel passieren wenn die leute reinschreiben das ist vollständig und es kommt unvollständig dann könnt ihr das ganze reklamieren und werdet überhaupt kein großes problem damit haben klar es ist immer ärgerlich aber man muss keine angst vor gebrauchten lego sets haben auch ich hatte schon situationen wo ich mich sehr geärgert habe dass jetzt unvollständig gekommen sind obwohl sie als vollständig verkauft wurden aber hey dann ist immer mal ein bisschen spannung dabei was am ende ankommt und man hat gerade bei solchen kleinen sets die man sich einfach mal kauft um mal kennen zu lernen was dort 2014 bei den ganz kleinen sets los war auch kein großes finanzielles risiko und damit hatte ich mit diesem kleinen set trotzdem einen großen spaß und ich denke das ist für diesen samstag wo sonst zeitmäßig einfach kein video drin gewesen wäre doch ein ganz versöhnlicher abschluss für so ein kleines set ich kann es euch auf jeden fall nur empfehlen wenn ihr lust habt so eine kleine lock zu bauen dann könnt ihr wenn ihr die für einen guten preis seht auf jeden fall zuschlagen und die kleinen baumeister haben sogar noch ein wenig spaß wenn sie das b und c modell davon bauen aber sind wir ehrlich ich muss jetzt bei der übersichtlichen steinanzahl wahrscheinlich kein b oder c modell mehr bauen damit ihr einen eindruck von diesem set bekommt für mich gibt es dementsprechend auf jeden fall eine kaufempfehlung wenn ihr es für einen guten preis findet wenn euch natürlich dieses kleine video gefallen hat könnt ihr wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da lassen in zukunft kommen natürlich auch wieder größere sets und wenn ihr dieses set selber besitzt schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare das würde mich wie immer sehr interessieren ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunder wunderschönen samstag haut rein euer valleybrick